Mit mir Julien Sprunger, der Matschwinner von heute Abend. Julien Sprunger, am 33. Geburtstag kann man sich nichts Besseres wünschen als ein solches Spiel. Ja, es war ziemlich ein guter Abend, sicher. Wir konnten auch die drei Punkte nehmen, aber ich glaube, das war sehr wichtig, einen Sieg zum Nehmen da nach Hause für das erste Spiel dieses Jahr. Ich glaube, wir haben ein super 1. Drittel gemacht, leider 2. Drittel ein bisschen weniger gut. Und ich glaube, dieses Tor im Overtime bringt uns sehr, sehr viel. Sie haben in einem Interview gesagt, die Situation ist nicht, man muss nicht in Panik ausbrechen, aber die Situation ist delikat. Was ist die Situation jetzt? Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen gleich. Ich glaube, das ist in der Tabelle sehr eng. Wir wissen, dass wir, wir können nach ein, zwei Spielen ganz nach oben sein und nach zwei, drei Spielen ganz nach unten. Also wir müssen von das Achtung machen. Wir müssen besser spielen. Dezember war sehr hart für uns, auch viele Niederlage. Und ich glaube, wir haben im Januar sehr gut angefangen.